Der eigentlich okay ist. Man muss nur warten bis er sein Scheißschild wegnimmt, geschossen hat, dann kann man ihn eigentlich relativ leicht besiegen. Das wusste ich zum Zeitpunkt noch nicht. Da habt ihr, glaube ich, auch die Olschel nicht mal zu gesagt gehabt, gerade. Das war aber eigentlich Zufall und ich habe auch, genauso wie ich euch nicht habe zuhören lassen, habe ich selbst auch nicht zugehört. Da hing einer in der Luft, ein Metallschädel. Punkt, ich habe es gesehen. Den habe ich aber nicht gesammelt. Oh. Oh, also ich habe es jetzt gesehen. Aber dafür finde ich diesen Orb. Wie schön. So muss das sein. Vielleicht komme ich da nochmal lang und ich erkenne ihn vielleicht noch. Wenn die Kisten und Fässer da nicht wäre, dann hätte ich es auch gesehen wahrscheinlich. Scheiße. Egal, einen übersehen. Ich hoffe nicht, dass es kriegsentscheidend ist. Wobei, ich weiß es nicht. Notfalls, ich kann hier nochmal zurückgehen wahrscheinlich. In irgendeiner Form gibt es schon eine Möglichkeit, da nochmal zurückzugehen. Und, äh, die Metallschädel, die ich nicht eingesammelt habe, die tragen die Gegner dann wieder bei sich. Deswegen ist das nicht so schlimm. War doch einer, oder bin ich doof? Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Keine Ahnung. Guck mal, da geht es weiter. Schön. Ah, okay, da brennt es ein bisschen. Ui! Das war super clever, Dennis, ja. Fall da ruhig runter. Da gibt es wahrscheinlich einen Bereich, wo ich nicht stehen kann. Ah, das war noch ein bisschen Plattform-Rätsel, genau. Richtig. Da ist nix. Hurtig. Das ist nur ganz kurz da, dieser Pfaddenwender-Plattform. Hier wäre es noch nicht so schlimm gewesen, weil unter mir wäre Boden gewesen. Aber hinterher ist es, glaube ich, einfach nur Abgrund, der mich dann tötet. Da wollte ich es eigentlich kommen lassen. Hat super funktioniert. Aber ich meine, keiner der, äh, der Metallschädel-Coins, goldenen Eier, grüne Eier, ist runtergefallen. Finde ich sehr gut. Na, hier habe ich schon ein bisschen mehr Gas gegeben. Da hängst du wieder einer in der Luft. Da. Wie kommst du denn hin, sag mal? Ich weiß nicht, wie viel ich in Summe brauche. Aber ich meine, ich habe jetzt schon relativ viele, ne? So muss man auch dazu sagen. Das ist die Bohrplattform. Muss ich mir auf jeden Fall merken, dass mir hier noch einer fehlt. Wenn ich wirklich alle sammeln muss. Aber so halb so wild. Ah, die zerstörmen die Plattform, die Penner. Da habe ich mir gedacht, okay, das sind Eier, da kriege ich gleich eh die nächste Kanone. Das heißt, das Ding jetzt mit meinem Bläser zu zerstören, macht wahrscheinlich nicht viel Sinn. Da wäre ich fast, da wäre es fast zu weit gewesen. Ich hoffe, wie viel ausgerüstet. Sehr gut. Ah, die ist so gut, echt. Die ist so gut, hier in diesem Bereich. Ich möchte sie nicht missen, wirklich nicht. So, fangen wir erstmal hier nach oben. Hier haben die Tickets nach oben. Schön, wieder ein paar Eier knallen. Vorher wir noch, genau, die, Dreidels kaputt machen. Und Runde Nummer zwei. Alles schon mal wegmachen, was wir machen können, bevor die ersten Gegner kommen. Aber die kommen jetzt gerade schon die Fähler nahe. Jetzt sieht man eben an dem Pfeil natürlich. Wo zum einen die Ausrichtung der Gegner einmal angezeigt wird. Und auch, ja, die Richtung. Also nicht wie Richtung, sondern auch wie nah die bei uns dran sind. Je röter desto mehr. So kann man es eigentlich sagen. Ich weiß noch, wenn der im roten Bereich ist, sind wir auch in der Schussreichweite. Aber war eigentlich super die Dinger. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich kurz vor dem Exitus war. Die erste Runde war, glaube ich, schon die schlimmste vom Schaden her. Meine Waffe kann auch überhitzen, wie man vielleicht nicht sieht. Übrigens, ne, vielleicht, falls jetzt wieder ein neuer Part sein sollte, es ist nachkommentiert, ne? Weil Webcam-Sound statt Headset-Sound und Klang war nicht vorhanden. So. Das war es, glaube ich, schon. Zumindest mit den Gegnern. Jetzt können wir uns jetzt in Ruhe um die Eier kümmern. Also für ein Gefahr. Und 10 noch. Also eine komplette... Ladung. Die ich jetzt aber offensichtlich nicht finde. Ah, guck mal da oben. Nice. So. Fertig. Fahre wieder nach unten. Warte, jetzt mal ganz nach unten. Und, siehe da, ich meine, hier gab es auch nochmal einen Orb. Bin mir jetzt aber auch nicht so tausendprozentig sicher. Guck nochmal zurück. Guck nochmal zurück. Nein, da gab es diesmal keinen Orb. Okay. Ich meine, aber da gab es zwei Stück. Also dann ist es vielleicht beim nächsten Aufzug nochmal. Der nächste, der eigentlich auch der letzte sein dürfte. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich schnell genug betreffe, ich den vielleicht, aber hat auch nicht funktioniert. Das heißt, man muss den wohl erstmal schießen lassen und dann kann man den wahrscheinlich erst verletzen. Aber ich würde eigentlich schon wirklich mal richtig interessieren. Wo sind hier die Speicherpunkte? Also nach jedem Aufzug fände ich ja zum Beispiel schon mal in Ordnung, was auch schon böse genug sein könnte, ne? Aber wäre noch in Ordnung. Oder wenn ich jetzt sterbe, muss ich dann ganz, ganz von vorne machen. Wenn wir, wie gesagt, hier bei dem, ähm, bei der Escort-Mission, wo der, äh, eine Typ mit seiner Metalllanze da alles, ja, zerstört hat, das war schon echt prrrr. Mit den, mit den Sachen. Weil da hätte ich gedacht, okay, zumindest nach jedem, äh, ja, Metallschild, die er zerstört hätte, oder zumindest nach jedem zweiten oder irgendwas, wäre schon nice gewesen. Aber so gar keiner, das ist echt blöd. So genau, das ist jetzt nämlich der dritte Aufzug. Und da unten war, glaube ich, noch ein, äh, Orb. Und wer nicht dem Brot, und wer nicht, da habe ich schon versucht, ein bisschen gezielter zu schießen. Aber eigentlich ist mir das hier in keinster Weise passiert, dass man die, äh, Waffen mal überhitzt ist. Was erstmal sehr, sehr toll ist. Auf jeden Fall. Mal eins ist schon mal weg. Mal zwei ist weg. Und mal drei ist weg. Oh, so ein bisschen um die Eier kümmern. Und wenn ja schon wieder die jetzt direkt in der Nähe sind. Skandal, sowas. Ah, ich werde auch nachher nochmal schön neu aufmachen. Aber ich habe jetzt zwei Tage frei. Nee, stimmt, habe ich ja gar nicht erzählt. Ich habe jetzt zwei Tage frei. Für ne, ich müsste in diesem Jahr nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt schön zwei Tage zocken und rumpümmeln. Gleich ist es schon zum Friseur gehen, dann, äh, Zimpfzentrum, Boosterämpfung abholen. Und dann, dann wird erst mal baden gehen, natürlich. Und dann ist man auch weg. So, wenn man da wächtet, den ganzen Schüssel mal denken. Beschossen? Nein, das war ich selbst. Okay. Die habe ich im Augenblick noch gesehen, die Dinger da oben. Ach so, genau, da habe ich gesagt, ups, das war keine Abschied. Ich habe irgendwas zerstört. Nein, das ist für mich eigentlich nur ein Abgrund, dass ich wieder, äh, aus dem Bereich rauskomme. Finde ich sehr nett von dem Spiel. Also, ich finde das gut, dass ich sowas gemacht habe. Und dass ich nicht den ganzen Weg wieder zurückrede, Pusse oder so. Ihr habt die letzten Metallschädel-Eier zerstört. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Eko für die Stadt haben. Gut gemacht. Okay, ich habe das gebraucht, ich habe jetzt nicht verstanden. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich weiß es nicht. So, und hier, hier war ein Orp, ne? Hier war doch ein Orp. Mach mich glücklich. Und? Ja, da liegt es ein. Ha, ich wusste es doch. Okay. Gut, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch, äh, wieder zum Ende des Levels, oder zum Anfang des Levels zurückkommen. Das ist eigentlich halb so wild. Und dann haben wir das eigentlich auch schon geschafft. Also mit Aufnahme noch nicht ganz, weil ich glaube, ich mache es da sogar noch. Also mindestens eine Mission mache ich da noch. Wo ich mich noch dran erinnern kann. Und raus da. Ich finde es echt schön, dass die Ladepausen so mega kurz sind, ey. Das haben wir echt gut gemacht. Und ich muss sagen, das Spiel gefällt bisher richtig gut. Ne? Also ich habe da so ein bisschen die Befürchtung gehabt, äh, dass ich dann halt so diese Jack 1 dann eher gewohnt bin. Ach, das ist ein Zwei-Portal oder was? Ne, doch, das sind zwei Stück tatsächlich. Äh, nee, dass ich Jack 1 natürlich dann eher gewohnt bin und diese, diese Magie vermisse. Aber ey, bisher macht das Spiel richtig Bock. Ich habe es doch schon ein paar Mal leicht, leicht erbrochen, ja. Aber, äh, Grundsatz her, echt gutes Spiel. Macht richtig Bock. So, okay, und jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann, dann fahren wir jetzt wahrscheinlich wieder zum Crew erstmal hin, weil der Untergrund ist noch ein, ein Stückchen weiter weg, als der Crew. Ich sehe jetzt gerade, ich hab noch drei Sequenzen vor mir. Oh, hier haben wir Stricken. Oh, 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 und was ich auch nice finde, ist halt wirklich, dass man sich auswachen kann, welche Mission man in welcher Reihenfolge machen kann, ohne dass es so zu überladen ist, ne? Also, wirklich so dieses plästischen zwei Zeit alter GTA-Flare, also GTA 3, GTA Vice City und so. Zandress war schon ziemlich groß, äh, war auch aber richtig, richtig gut. Und ja, du denkst, da kannst du dich da eigentlich wirklich so rein rein. Aber guck, wie es ist, wenn ich versuche, dann den Rest zu holen und auf die 100% zu kommen. Noch bin ich ja, wie gesagt, sehr, sehr am Anfang unterwegs. Warten wir es mal an. Ah, ich glaube, ich kann mich sogar jetzt auch an die nächste Mission erinnern. Wo ich eigentlich auch mehr Panik hatte als notwendig. Die aber eigentlich auch wirklich ziemlich gut von der Hand ging, muss ich sagen. Aber werden wir ja gleich sehen. Stopp das Fahrzeug. Hier ist ein bisschen Schmerz. Und schon sind wir da. Schon durch die Gaspampe durchlaufen. Geht rein. Hey Zuckerpuppe, neu hier? Sag mal, hast du was scharfes? Moment, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Untergrund. Psst, ich bin Tess. Ich spioniere in Thorns Auftrag Crew aus. Macht mit. Vielleicht finde ich ein paar von Crews Geheimnissen raus. Oh, ich liebe verdeckte Arbeit, Schätzchen. Aber zu zweit geht das viel besser. Komm, ich helfe dir. Wow, ganz schön viele Flaschen. Oh, das ist, das, das, das geht runter. Oh Mann, glaubst du, das ist echtes Gold da drin? Und was ist mit dem Lila Zeugs? Jack, du und die sprechende Ratte da. Ihr müsst für mich ein paar Dinge einsammeln gehen. Hey Schwabbebeck, wie läuft's denn so? Was ist mit dem los, hä? Gar nix. Mir geht's gut. Können wir mich für meinen eigenen Traum? Wow, ich hab ganz viel Mut. Hör zu, sechs meiner Kunden in der Stadt haben Geld für mich deponiert. Ihr müsst die Geldsäcke so schnell wie möglich einsammeln und neugierige Wachen ausschalten. Wenn ihr zu spät seid, schnappt sich vielleicht ein Stadtbewohner in den Geldsack. Weißt du, was dein frohes Crew ist? Das ist gelieblich. Könntest ihr super Laden haben. Hopp, wir kippen, wir tanzen. Mehr Frauen. Holt mir die 14 Geldsäcke, bevor sie weg sind. Und bringt sie hierher. Verliert ihr einen, dann lasst euch besser nie mehr hier blicken, klar? Jo, Geldsäcke sammeln, auf Zeit. Also wieder mal eine Zeitmission, wo wir natürlich auch ein Gefährt brauchen. Ich hab mir gedacht, Alter, 14 Geldsäcke in 30 Sekunden, wie soll ich das schaffen? Nein, keine Panik. Im Endeffekt, schön, dass mich jetzt die direkte Polizei natürlich auch wieder sucht. Für jeden Geldsack, den ich einsammle, bekommt ich nochmal zusätzliche Zeit gutgeschrieben. Ich hätte es auch eigentlich direkt neu starten können, aber ich habe mir aber gedacht, nö, versuch's einfach mal. Weil ohne Pulitzer wäre es natürlich deutlich einfacher. Aber gut, wie gesagt, ich mach's mir nicht so gerne einfacher. Aber ich mach's mir viel lieber schwieriger. Einfach machen würde ja bedeuten, dass ich mir ne komfortable Situation schaffe. Aber ich nehme die Situation, die ich habe und mach's immer schlimmer. Egal ob's bevor komfortabel war oder nicht. Ja, es gibt natürlich schon so ein paar Säcke, wo ich gedacht hab, ei, 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 der war jetzt auch wieder ne mega knappe Geschichte. Vor allem, ich werde beschossen und ich kann euch auch schon mal verraten, ich werde meinen Gefährten währenddessen verlieren. Und muss mich dann schnellstmöglich um ein neues kümmern. Wo auch das Glück ein bisschen mitgespielt hat, muss ich dazu sagen. Obwohl schon drei Tage her ist, dass ich aufgenommen hab, kann ich mich noch relativ gut daran erinnern. An die Einzelheiten. Spricht ich erstmal für das Spiel, muss ich sagen. Weil wenn ich dann so in MDK 2 versuche, zurückzudenken, hm. An die Schlauze kann ich mir noch dran erinnern, beim Professor, beim Wissenschaftler. So. Wie viel waren das jetzt? 16? 14, 12? Profil, wir müssen jetzt noch neun sammeln. Also wir werden im Endeffekt einmal quer durch die Stadt geführt. Und das Geile ist, habt ihr gerade gesehen oben, ich hatte 17 Sekunden Zeit und bin jetzt auf neun runtergegangen, auf neun Sekunden. Und das Coole ist, weil jetzt geht glaube ich nämlich der Rückweg los. Ähm, im Endeffekt, wir fahren einmal im Kreis, um die ganze Geldsäcke einzusammeln. Und zwar vom Weg, vom Wegfindung, hier hätten wir das natürlich viel, viel praktischer machen können. Äh, aber gut, im Endeffekt wollte ich das Spiel einfach, dass ich einmal im Kreis fahre. Ist ja auch nicht schlimm. 5. Ja, ja, also es bringt auf jeden Fall nichts, wenn man jetzt irgendwie die vorherigen Säcke, genau, hab ich meinen Gefährten immer verloren, hab ich ja was auch noch in der Diener gehabt. Und kann direkt wieder weiter losdüsen. Weiter losdüsen, genau. Na, ist wirklich im Endeffekt nichts, wenn man sich jetzt, ähm, sehr darum bemüht, jeden Sack möglichst schnell zu bekommen. Weil man hat für jeden Sack, egal ob ich jetzt vor einer halben Minute, drei Minuten oder nur eine Sekunde Zeit hatte, immer die gleiche Zeit zur Verfügung. Das heißt, jetzt hab ich den gerade mit 6 Sekunden eingesammelt, hab ich 29 Sekunden, hätte ich jetzt mit 10 Sekunden eingesammelt, hätte ich dann nicht 34 Sekunden gehabt, sondern auch nur die 29. Was ist richtig gerechnet? Keine Ahnung. Ich hör mir selbst nicht beim Reden zu. Ich glaub ich hab mich um eine Sekunde berechnet, aber ist ja egal. Ja, aber vom Prinzip habt ihr es wahrscheinlich verstanden, was ich euch sagen möchte. Weil das ist natürlich Sache, die sehe ich natürlich nicht mehr, die spielen, weil ich denke einfach, ach, wo ist der nächste? Scheiß auf die Zeit, wie viel du hast. Wenn du die Zeit mit verschwindest, wie viel Zeit du noch hast, dann schaffst du es nicht auf die Zeit. So, und der letzte. Kein Problem, kein Problem. Das coole ist, wir sind halt direkt wieder in der Kneipe, in der Bar. Und, Mission geschafft. Und die Gardisten interessieren sich nicht mehr für uns. Finde ich auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. So, unsere Belohnung abholen. Ihr seid echte Geldreintreiber. Hier ist euer Waffenbund. Jetzt haut ab. Ich brauche mein Schöner ins Schlaf. Glaub mir, Kumpel. So lange kannst du gar nicht schlafen. Und, weiter geht's. So, und Streu Waffenfeuerrat erhöht. Da habe ich mich so drüber gefreut. Da habe ich gesagt, Alter, wie geil ist das denn? Deswegen hüpfe ich da auch rum, wie so ein Bekloppten. Äh, wie geil ist das denn? Ich habe, bekommen doch, ähm, Upgrades für meine Waffen. Das heißt, dass die Schießstandscheiße doch einfacher werden kann. Also niemals wahrscheinlich richtig einfacher, aber sie kann zumindest einfacher werden. So, jetzt weiß ich nicht genau, was jetzt noch kommt, um ehrlich zu sein. Ähm, von Crew haben wir jetzt auf jeden Fall alle Aufgaben, so wie es erstmal aussieht, erledigt bis dato. Das heißt, wir können jetzt höchstens nochmal in den Untergrund düsen. Äh, was jetzt, ja, die einzige richtige Aufgabe wäre, die uns jetzt noch bevorsteht. Es sei denn, ich gucke jetzt gleich höchstwahrscheinlich auf die Karte. Äh, ich sehe noch irgendwo eine Nebenaufgabe. Oder ähnliches. Weil die Aufnahme ist auch gleich zu Ende, das sehe ich schon. So, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Und wahrscheinlich lasse ich meinen Blick schweifeln, ob ich noch irgendwas sehe. Wahrscheinlich fahre ich nur noch einmal zum, ähm, zum Untergrund. Nehme eine kurze Mission an, damit ich überhaupt weiß, was Phase ist, wo ich das nächste Mal hin muss, was ich machen muss. Und, äh, werde dann wahrscheinlich die Aufnahme beendet haben. Ah gut, vielleicht, vielleicht habe ich ja noch eine Aufgaben zwischen mir gemacht. Wer weiß, wer weiß. Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe so lange Haare. Habt ihr ja vielleicht gesehen bei dem Jahresabschlussvideo. Es ist krank. Es ist krank. Suche nach Verdächtigen. Und ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme, nachdem ich baden war und nachdem wir gegessen haben, wahrscheinlich in den Abendstunden nochmal eine Aufnahme machen. Habe ich Bock drauf. Weil ich will weiterkommen. Ich will weiterkommen. Ich will Prozent sammeln. Ich will Orbs sammeln. Und ich will Sachen übersehen. Deswegen wichtig ist, wenn ihr mir irgendwie mitteilen könntet nochmal, ne? So wie ihr das ja auch schon teilweise getan habt. Also senden Sie mal uns auf jeden Fall hier, äh, Der Zuschauer des Projektes, ne? Mit seinen Tipps erkennt das Spiel offensichtlich auswendig, was ich super finde. Ähm, der mir ja schon gesagt hat, von wegen, am Ende, Alter, Dennis, wenn du in der letzten Zeit spielst, sammle alle sechs Precursor-Obs ein. Wenn du die nicht sammelst, hast du keine Möglichkeit mehr. Das heißt, ich werde auf jeden Fall meine Spielstände hochladen, äh, bei, ähm, PS Plus. Äh, damit ich dann wieder Zugriff darauf habe und dann gegebenenfalls ein Backup habe, ne? Das ist nämlich dann für mich ganz wichtig. Und halt auch in der Kalisation am Ende, dass ich mich mal das zweite Mal auf jeden Fall holen muss, wenn ich das zweite Mal da bin. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich da schon war. Zu spät sollte es also noch nicht sein. So, ab in die Untergrundbasis. Und Dach. Ein alter Kamerad von mir wurde zur Pumpstation geschickt. Bisher haben wir noch nichts von ihr gehört und nachdem, worauf ihr beiden da draußen gestoßen seid, befürchte ich, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Hast du gerade sie gesagt? Denk nicht mal dran. Schluss damit! Das hier ist ernst, du Idiot! Wow! Genau! Leg dich nicht mit der Süßen an! Diese Freundin von mir hat im Untergrund schon oft geholfen. Geh zurück zur Pumpstation und seht euch dort um. Helft ihr, wenn nötig. Und jetzt bewegt dein Rattenpopo hier raus. So, also nächste Station, Pumpstation. Da waren wir auch schon mal. Und, äh, ja. Da dürfen wir wieder jemanden retten. Aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Das wird dann in der nächsten Aufnahme passieren. Denn, wenn ich mir das mal so anschaue, also die Aufnahme ist gleich zu Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich gucken, wie viel Prozent habe ich geholt. Und, spiel speichern, 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 jo. 23 Prozent haben wir nämlich. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Aufnahme. Da haben wir, glaube ich, wirklich 7 Prozent geholt in einer Stunde. Und ihr habt ja gesehen. Also ich habe jetzt das Einzige, was ich ein bisschen rausgeschnitten habe, äh, waren ein paar Versuche von dem Jetboard gelöht, was vielleicht nochmal 10 Minuten in Anspruch genommen hat. Aber ansonsten, ich kam so gottverdammt gut durch diese Aufnahme durch, ne. Was mich wirklich selber mehr als positiv überrascht hat. Muss ich wirklich sagen. Äh, genau. Gucke ich nämlich nochmal gerade nach. Äh, Jetboard, was stand da? 120.000? Ja, 120.000, alter Faller. Das ist schon mal, ist schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, am besten jetzt habe ich noch mal reingeschaut. Äh, wenn ich jetzt in jeder Aufnahme so gut durchkomme, klar, aber selbst dann bräuchte ich ja noch, weiß ich nicht, zwölf Aufnahmen oder so, um an die Prozent ranzukommen. Aber ich denke mal nicht, dass ich so gut durchkommen werde. Ich werde, ich werde noch genug kotzen in dem Spiel. Ähm, ich genieße aber auf jeden Fall jeden Moment, wo ich das nämlich nicht tun werde. Gut, ja, dann auf jeden Fall hoffe ich mal, dass euch auch selbst, wenn es nur nachkommentiert war, diese Aufnahme gefallen hat. Ähm, viel Rage habt ihr jetzt hier natürlich nicht verpasst. Ein bisschen Spannung vielleicht, ne. Gerade bei den ganzen Zeitscheißen, die ich da gemacht habe. Und ja, hoffe mal, dass wir uns dann beim nächsten, bei der nächsten Aufnahme auch wiedersehen. Äh, diesmal dann aber auch live kommentiert und nicht nachkommentiert. Also, ne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ja, bis dahin, ne. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.